Verehrte Teilnehmer dieser Sitzung des Sicherheitsrates, heute werden wir einige Fragen durchgehen im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes. Die Lage in der Welt ist angespannt, unter anderem auch unmittelbar in unseren Grenzen. So wie auch der Sanktionsdruck geben uns keinerlei Anlass, vollkommen gelassen zu sein und Vertrauen in die Zukunft zu haben. Die Länder der NATO treiben nachdrücklich ihre Erweiterungspolitik voran, erhöhen ihre militärische Präsenz in unmittelbarer Nähe zu Belarus, führen andauernd provokative Militärmanöver durch an unseren Grenzen, so wie auch andere Handlungen. Inzwischen kam es auch sogar schon zur Verletzung der Staatsgrenze durch die Militärs, aber das werden wir heute noch im Detail erörtern. Ihre Handlungen rechtfertigen sie mit gewissen angeblichen Bedrohungen, die angeblich vom Territorium von Belarus ausgehen. Die Führung Polens und der baltischen Länder beschuldigen Belarus irgendwelcher mythischer, aggressiver Vorhaben, die es niemals gegeben hat und auch niemals geben kann. Sie heizen die Hysterie an bezüglich der Anwesenheit der Mitarbeiter des privaten Militärunternehmens Wagner auf unserem Territorium. Jetzt treiben sie es sogar schon so weit, dass sie von uns fordern, Wagner unverzüglich aus Belarus abzuziehen. Währenddessen erhöhen sie selbst ihre Militärausgaben und verlegen große Militärformationen an unsere Grenzen. Die Antwort ist einfach. Weder in Polen noch in Litauen und auch in anderen Ländern des Baltikums darf es keinen einzigen ausländischen Militärangehörigen geben. Erst dann können sie irgendwelche Ansprüche gegen uns erheben bezüglich der Anwesenheit von Militärs aus anderen Ländern. Aber bis dahin sind das unbegründete und dumme Forderungen. Das sind ja nicht mal Bitten oder Vorschläge, sondern Forderungen. Darüber hinaus hat Warschau um April verlauten lassen, den Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa in Bezug auf unser Land nicht mehr erfüllen zu wollen. Dies war faktisch der letzte juristisch verpflichtende internationale Akt im Bereich der Rüstungskontrolle. Und dies ist schon ein gefährlicher Schritt. Und wir müssen stets die Führung in Polen davor warnen, damit es später nicht zu schmerzhaft wird. Und wir müssen entsprechend darauf reagieren. Ich rede ja noch nicht mal von der Vorbereitung unserer Flüchtigen auf ihrem Territorium für die Durchführung eines Militärputsches in Belarus. Auch hier möchte ich vorwarnen, dass wir in dieser Hinsicht keine halben Sachen machen werden. Wobei man natürlich sagen muss, dass unsere Flüchtigen, die sich in Polen, Litauen und besonders in der Ukraine befinden, verstehen, wofür sie jetzt benutzt werden. Trotz alledem sind wir bereit zur Wiederherstellung guter Beziehungen zu unseren Nachbarn. Wie ich schon gesagt habe, die Nachbarn sucht man sich nicht aus. Sie sind von Gott gegeben. Doch als Antwort auf alle unsere Botschaften kommen lediglich Anschuldigungen und Drohungen. Das heißt also, dass sie überhaupt nicht an einer Normalisierung der Beziehungen interessiert sind. Zur Bestätigung des Gesagten, um jegliche Unterstellungen diesbezüglich auszuschließen, wir haben polnische Vertreter als Beobachter eingeladen zur Militärübung des OVKS mit dem Namen Kampfesbruderschaft 2023, die schon morgen in der Region Brest beginnen wird. In diesem Kontext werden wir uns einige Bereiche anschauen, die mit der Frage der Gewährleistung der nationalen Sicherheit verbunden sind. Äußerst wichtige Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Wir haben ein paar Fragen, die wir uns heute beschäftigen müssen. Das ist wichtig, die wir uns heute beschäftigen müssen. Vielen Dank.